Musik Wissen Sie, was matt ist? Es ist besser, wenn man matt nicht kennt. Aber wenn man es kennt, dann sollte man es in Kaliningrad nicht anwenden. Aber wenn man es in Kaliningrad anwendet, sollte man es nicht in der Öffentlichkeit tun. Aber wenn man es in der Öffentlichkeit tut, sollte man nicht in einem Bus des Kaliningrader öffentlichen Nahverkehrs sitzen. Aber wenn man in einem Bus des öffentlichen Nahverkehrs sitzt und unbedingt matt anwenden will, so sollte man dies so tun, dass es niemand hört. Denn bei der Verwendung der Worte kann es passieren, dass die Fahrgäste Sie bitten, den Bus zu verlassen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020